Franz Troklauer war ein deutscher Räuberhauptmann und Wilderer in der Oberpfalz und Franken. Leben, geboren und aufgewachsen im Marktmantel in der bayerischen Oberpfalz, soll er schon in seiner Jugend ein Dieb und Räuber gewesen sein. Nachdem er wegen verschiedener Vergehen dreimal im Amberger Zuchthaus eingesessen war, schloss er sich mit einigen Brüdern und Schwestern der später sogenannten großen fränkischen Diebes- und Räuberbandel an. In dieser über 180-köpfigen Bande brachte er es schnell zum Redelsführer. Bei einem Diebstahl in Bamberg entwendeten sie Beute im Wert von 12.000 Gulden unter anderem den Bischofsstab des Weihbischofs. 1796-97 saß Troklauer wegen eines Pferdediebstahls in Untersuchungshaft in Wilsäck. Diese Stadt war eine bambergische Enklave in bayerischem Gebiet. Obwohl man ihn dort ursprünglich zu ewigem Kerker verurteilen wollte, begnügte man sich, ihn an den Pranger zu stellen und danach des Landes zu verweisen. Als die große fränkische Diebes- und Räuberbande 1798 durch Verrat aufflog und viele Bandenmitglieder verhaftet wurden, musste Troklauer quer durch Bayern flüchten. In Regensburg wurde er verhaftet, konnte jedoch bei einem gefangenen Transport fliehen. Einige Wochen später wurde er in Straubing inhaftiert, konnte aber auch von dort entkommen. Schließlich scharrte er einige Kumpane um sich und gründete eine eigene kleine Räuberbande. Von 1799 bis Dezember 1800 trieb Troklauer mit seiner Bande in der gesamten Oberpfalz und in Franken sein Unwesen. Er wurde öffentlich gesucht und hatte nicht mehr viel zu verlieren. Aus Rache für frühere Verhaftungen wollte er den Landrichter Georg von Grafenstein auf Parkstein ermorden. Angeblich hatte er diesen schon mehrere Male aufgelauert. Die Regierung in Amberg setzte 100-Gulden-Belohnung für denjenigen aus der Franz Troklauer gefangen nahm. Obwohl Troklauer steckbrieflich gesucht wurde, scheute er sich nicht mit seiner Bande öffentlich im Wirtshaus zu zechen. Niemand wagte es gegen diese Räuber öffentlich vorzugehen, auf Troklauers Konto gehen viele Diebstähle und Einbrüche in Kirchen. Ein anderes Delikt war aber die Wilderei, die alleine schon aus Überlebensgründen an der Tagesordnung war. Im Dezember 1800 gelang es schließlich einem Gerichtsdiener in Freistadt bei Neumarkt, Troklauer festzunehmen. Von dort wurde er nach Amberg transportiert, wo man ihm den Prozess machte. Am 6. Mai 1801 wurde er am Galgen in Amberg am Galgenberg hingerichtet. Eine Beurteilung Franz Troklauers aus heutiger Sicht ist schwierig. Die zeitgenössischen Akten gehen mit ihm schwer ins Gericht. Man muss hierbei jedoch berücksichtigen, dass alle überlieferten Schriftstücke aus der Hand der Strafverfolger stammen. Ohne einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung hätte sich Troklauer wohl nicht so lange halten können.